So, hier jetzt zue ich ab. So, und das werde ich natürlich beschleunigen, ja gut, also das klappt gerade schon wieder irgendwie nicht, dann mache ich das jetzt ganz anders und hole mir hier Kieff, klopp das hier rein. So, und dann habe ich gesagt, ich brauchte hier noch Kuchen, ne? Und kann ich gerade noch mal Milch machen, ich brauche G13 Haze und Chemdog, genau, Chemdog. So, warte, hier bin ich schon wieder falsch, Milch. Fehlt jetzt noch einige 13 Haze und ne Chemdog. Gut, pass auf, das sehe ich jetzt hier aus. Da ich nur eine Blüte brauche, ist das eigentlich egal, aber ich warte kurz die ganz kurzen Gießintervalle ab. Wobei habe ich Dünge, ja nicht wirklich. Und, ähm, ja das mache ich mal eben. Und, ähm, ja das mache ich jetzt mal. Und, ähm. Ach, guck mal hier, ich kann wieder, ich kann wieder Miete einbeziehen, ein, einnehmen. Oh, Diamanten, geil. Und Dünger, okay. Okay. Gut. Gut. Gut, gut. 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 so jetzt habe ich noch einen dünger übrig den werde ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr benötigen das gefällt mir nicht ich kaufe lieber so einen baum naja genau und der zaun ist kaputt gut dann haben wir jetzt also der kann jetzt noch zu level 4 dann habe ich 1400 miete es gibt also anscheinend auch noch ein fünftes level und das ist dann das höchste wie mir scheint naja ok wieso nicht sicher ist sicher hätte ich sofort machen müssen aber naja manchmal denke ich halt einfach nicht mit ok dann mache ich auf jeden fall noch ein bisschen milch gut gut naja gut gut das ist also ist gleich soweit ich würde gern noch zwei weitere male milch machen und ob das hinhaut kriegen wir gleich mit ich muss vielleicht auch irgendwas noch verkaufen gleich oder wegschicken 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 ist nicht na gut dann muss ich noch mal noch mal sachen verkaufen also die würfelsorte behalte ich noch da weiß ich ja dass ich sie brauche diese hier brauche ich gerade nicht haben wir sonst noch irgendwas von dem ich mich gerade trennen kann ne eigentlich nicht außer denen aber das macht keinen sinn die verkaufen zu wollen weil ich ja immer nur drei verkaufen kann gut dann hoffen wir mal dass die zehn genug waren schneiden wir erst die ab dann schneiden wir hier rein milch milch ja sehr gut einmal geht noch muss ich nur auf diese camdog warten hatten wir ja gerade erst natürlich du wirst